Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Leon Maché am Start. Heute mal wieder auf der Street von Hamburg unterwegs. Ich hab vor kurzem irgendwann mal doch ein Meadow-Video gedreht, oder? Ging das nicht irgendwie voll ab, Digga, und die Leute sind drauf reingefallen? Ich würde sagen, heute machen wir mal wieder was... Alter, Digga, ey, Bro, da ist gut. Digga, das ist Loritana. Was geht ab, Lo? Ey, Loritana, was machst du hier? Ich fühle hier ein bisschen mit Hanna. Ey, krass, Alter. Spann dich nicht so nah, bitte. Mit Securities und so, ich will keinen Stress mit euch, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einen Doppelprank mit Loritana. Hier mit den krassen... Alles gut, Mann? Ja, alles gut, Mann. Ich will keinen Stress mit euch. Warte, warte, mach mal. Mach mal, mach mal zusammen. Ich bin Loritana. Glaubt ihr gerade, haben die Videos gemacht von ihr? Aber wenn ihr wollt, ja. Ja. Wir gucken alle gerade. Hallo. Warum können wir ein Foto machen? Ja, klar. Natürlich, komm, mach mal. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Ja, kann ja. 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 Welches Lied feiert ihr denn von ihr? Ich hab keinen Plan. Sing mal einmal. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Ja, ich hab keinen Plan. Ja, ich hab keinen Plan. So. Okay, danke. Okay, danke. Geh mal, ich mach schnell von dir. Oh mein Gott, danke schön. Vielen Dank noch. Euch auch. Danke euch. Ihr macht's voneinander. Los, mach mal schnell. So, geh mal vorbei. Komm mal her. Danke. Mach mal. Alles klar, Jungs. Könnt ihr einen Song von Loredana singen? Ja. Die Sonnenbrille ist jetzt meine Identität. Sie fragen mich, woher sind sie, wenn die geht. Geil. Wie geht noch Loredana? Loredana, komm mal ganz schnell nur. Alles klar, Jungs. Welches Lied feiert ihr denn? Sonnenbrille. Sonnenbrille. Hi. Hallo. Welches Lied feiert ihr von ihr richtig? Ähm, Schenk mir keine Hosen. Ja, cool. Kannst du das singen? Vielleicht kann sie dich hier entdecken. Trau dich. Schenk mir keine Hosen. Und dann, wie geht das weiter? Ich habe es halt vergessen. Loredana? Ja. Eine Blume Loredana? Ähm, ja. Eine Blume Loredana? Rippa! Danke. Bitte schön, noch eine Blume für Loredana. Danke. Hier, jetzt. Gut, yalla. Tschüss. Wir wollten ein Bild mit uns beiden. Ja. Wie ist mein Name? Leon Mascher. Nice, Digga. Wie ist ihr Name? Hört ihr Deutsch ran? Nee. Was hört ihr für ein Deutschrap? Sag. Mero. Mero. Mero, genau. Okay, Loredana? Nein. Ja, genau. Ja, so will ich dich hören, Digga. Das kann doch nicht sein. Also, Loredana, hörst du ja oder nein? Ja. Schutzgeld an mich nächstes Mal. Komm, Lori, Lori, komm mal her. Die haben eine brutale Gangsterrapperin. Die ist Hammer. Jetzt musst du dir was vorrappen. Und wir gucken dann, ob sie sagt, es ist gut oder nicht gut. Komm. Gib ihn, Bro. Was willst du mich machen? Ich kann nichts machen. Du hast mich einfach kennengelernt und du willst mich rappen? Ich kann das machen. Ich kann das machen. Ich brauche nicht. Ich kann nicht auf der Straße sein. Aha. Let's rollen. Rollen, rollen. Hat er gut gemacht? Ja, hat er gut gemacht. Ich hätte mich nicht verbraucht. Hältst du nicht? Nein. Aber du kannst rappen. Ja, natürlich. Natürlich, man. Glory, Bro. Brutaler Gangsterrapper. Wie bitte? Brutaler Gangsterrapper. Bist du Fan von ihr? Glory, Laurie, Laurie. Ich schenke dir jetzt einen Sonny. Und sie ist einfach zu essen. Tschüss. Was geht ab? Alles gut bei euch? Ja, selbst. Danke. Was macht ihr? Wollt ihr ein Foto mit Laurie? Ja, das ist so. Auf jeden Fall. Aber feierst du schon ihre Musik so? Sie ist bei dir gerade voll Fan-Girl-Moment. Bist du Fan-Girl? Echt? 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 Aber du musst es posten, ne? Echt? Heute. So Leute, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's mega viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, geh dein Weg, geh dein Weg. Das war richtig nice, Alter. Hast du echt gut gemacht. Auch Secret Service hier von New York City. Der Security von 6ix9ine war auch mit am Start. Ey, die Leute sind drauf reingefallen in Hamburg, ne? Krass, Alter. Auf jeden Fall kein Disrespect an Loredana. Das haben wir einfach so für uns aus Spaß gemacht. Nicht vergessen, sie hat auch einen Kanal, einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Account. Ganz oben verlinkt, Digga. Müsst ihr alle folgen von den Securities auf jeden Fall auch. Nices Video. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch wirklich gefallen hat. Wenn ihr Bock habt auf so mehr Street-Dinger. Krass, Alter. Sie hat einfach sogar die Tattoos drauf gemalt. Ist zwar schon ein bisschen abgegangen, aber du hast durchgezogen, Alter. Ja. Du weißt Loredana schon, ne? Ja. Sie macht auf jeden Fall gute Musik. Und ich danke auf jeden Fall auch Leon für das Video. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, nice, Alter. Freut mich. Hat mal wieder Spaß, Matt, mit Leon noch so ein Video zu drehen. Er war ja bei Metal Freak auch dabei, Digga. Macht immer wieder Spaß mit dir, Brudi. Danke, Bro. Mit euch. Mit dir auch, Digga. Und den anderen auf jeden Fall. Danke, Mann. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Falls irgendjemand Securities braucht. Aus Hannover City. Ciao.